Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Trainersuche für den 1. FC Köln. Denn dort gab es heute nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga die Meldung, dass man dieses Kapitel nicht mit Timo Schulz angehen wird. Es gab eine einvernehmliche Trennung, die ich auch für richtig so halte. Zudem werden auch die beiden Co-Trainer McKenna und Pavlak gehen und somit wird es hier einen klaren Cut geben und damit eben auch einen Neuanfang in der 2. Bundesliga. Genau, der Neuanfang wird aber sicherlich schwer, zumindest sind die Voraussetzungen alles andere als einfach. Denn richtig gute Spieler, wie zum Beispiel Jeff Chabot, werden gehen. Es gibt diese FIFA-Sperre, wodurch man keine neuen Spieler holen kann. Das ist eben erst im Winter wieder möglich. Das heißt, ein neuer Trainer, der jetzt kommen wird, der muss mit dem arbeiten, was er hat. Der kann den Kader nicht wirklich gestalten und ist natürlich auch dazu oder veranlagt, dann auch junge Spieler einsetzen zu können. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, man wird sicherlich auch dem neuen Trainer Zeit geben müssen, diesen Kader auch dann erst recht im Winter erst umbauen zu können. Und hier gibt es ja ein sehr spannendes Gerücht rund um Christian Eichner. Denn der ehemalige Spieler vom ersten FC Köln ist ja mittlerweile sehr erfolgreich beim KSC unterwegs und soll wohl zurückkommen. Und auch wenn er eine Ausstiegsklausel hat und man somit hier relativ einfach verhandeln kann, halte ich das trotzdem für unwahrscheinlich. Mich würde es wundern, wenn Eichner sein wirklich richtig gutes Umfeld beim KSC aufgeben würde. Deswegen gibt es aber auch weitere Namen, die durchaus passen können. Die Frage ist natürlich aber auch, wer will den ersten FC Köln übernehmen und was ist auch einfach generell möglich. Denn auch die Kritik an Christian Keller ist ja logischerweise da. Und trotzdem blicken wir heute mal auf meine 500 Kandidaten für den ersten FC Köln. Legen wir los mit einem Namen, über den wir schon im Winter gesprochen hatten, auf der Suche nach einem Nachfolger für Steffen Baumgart. Und das ist Enrico Maaßen. Denn den kann ich mir jetzt sogar deutlich besser vorstellen als noch damals im Winter. Denn möglicherweise wird Christian Keller seine Shortlist nochmal rausholen aus dem Winter, wo man eben einen Nachfolger für Baumgart gesucht hat. Und da war ja, wie man gehört, an Enrico Maaßen auch schon ein Kandidat. Denn der wurde beim FC Augsburg letztes Jahr im Oktober entlassen, ist seitdem eben frei und wollte ja auch eigentlich schon wieder ab dem Winter weiterarbeiten. Aber hat eben dort keinen passenden Job gefunden. Es gab ja auch Gerüchte um den ersten FC Kalderslautern. Jetzt ist er auf jeden Fall verfügbar. Ich denke mal, Enrico Maaßen werden wir mal kurz erlangen, auch ganz klar wieder im Profifußball sehen. Auch wenn er sich generell eher in der Bundesliga sieht. Trotzdem ist natürlich auch Köln ein Verein, der dort hingehört. Ich denke mal, auch trotz der Transfersperre, trotz der Voraussetzungen wird man das mittelfristige Ziel haben, wieder aufsteigen zu können. Und genau dafür halte ich Enrico Maaßen eben dann, bei einem mittelfristigen Plan diesbezüglich, für einen passenden Kandidaten. Denn er hat ja vor allem auch vor Augsburg bei der zweiten Mannschaft von BVB und auch bei Rödinghausen wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Vor allem auch Talente eingebaut. Und ich glaube, dass er vor allem auch diesen Weg konsequent gehen kann. Klar, rein taktisch gesehen war das bei Augsburg am Ende etwas undurchsichtig, plus auch gepaart mit Kritik, weil es eben nicht so richtig vorangegangen ist in der Entwicklungsstufe in Augsburg. Da war kein klarer Plan zu erkennen. Und trotzdem glaube ich schon daran, dass du mit Enrico Maaßen, wenn du auch eine gewisse Ruhe reinbekommst, was aufbauen kann. Wenn man eben auch dann sagt, okay, diese Saison wird es Zeit brauchen, diesen Kader vollständig füllen zu können. Und es wird nicht einfach sein, in der Hinrunde erst recht auch mit der Mannschaft dann direkt auch Top-Leistungen zu bringen. Wenn du aber dann sagst, wir wollen mit Enrico Maaßen über zwei Jahre hinweg eine Aufstiegsmannschaft aufbauen, dann würde ich schon sagen, könnte da für Enrico Maaßen ein wirklich guter und passender Kandidat sein. Aber natürlich ist eben klar, dass eben diese Ausgangssituation sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen werden möglich auch unbekannteren Namen mal hier gespielt. Und die eben auch dann für manche eine dicke Chance sein kann, trotz der Voraussetzungen bei Köln zu funktionieren. Und genau dafür finde ich Frank Fahrenhorst durchaus interessant. Denn der hat von 2012 bis 2020 in der Jugend vom FC Schalke 04 trainiert. Unter anderem auch generell in seiner Trainerkarriere bislang als Jugendtrainer aktuelle Zweitligaspieler wie Florian Krüger, Niklas Wiemann, Florian Kleinanzel und so weiter und so fort entwickelt. Da gibt es noch weitere interessante Namen und auch bei Schalke mit Malik Chau zusammengearbeitet. Also auch dort gibt es auf jeden Fall Verbindungen zu Spielern, die Köln auch weiterhelfen könnten. Und abhängig davon sieht man daran ganz gut, dass seine Arbeit im Jugendbereich auf jeden Fall wirklich erfolgreich war. Und dann war er eben drei Jahre beim VfB Stuttgart als Trainer der zweiten Mannschaft. Er hat sich dann im letzten Sommer ganz bewusst für eine einjährige Pause entschieden, weil er eben auch nach seiner Spielerkarriere direkt Trainer geworden ist. Deswegen wollte er mal kurz diesen Break haben, um eben auch dann sich klar zu werden, dass er eben gerne Cheftrainer werden will. Er hat eben dann unter anderem letztes Jahr bei Steffen Baumgart in Köln hospitiert, hat sich ihm dort schon mal ein paar Gegebenheiten angucken können und ist eben jetzt bereit dazu, Cheftrainer zu werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass Frank Fahrenhorst sehr, sehr gut dafür ist, junge Spieler auszubilden. Er taktisch meist im 3-5-2 spielen lassen, was glaube ich auch ganz gut zum Kader passen kann. Denn beim FC wird es schon interessant, wenn man dort in der Innenverteidigung vor allem auch aufgestellt sein wird. Bedingt dadurch, dass man Spieler hat, wie zum Beispiel Benno Schmitz, die auch Innenverteidiger in der Dreikette spielen können, plus auch, finde ich, bei einer Dreikette erst recht junge Spieler einbauen kann, könnte das auf jeden Fall schon mal ganz gut passen. Frank Fahrenhorst ist in Kamen geboren. Sein Lebensmittelpunkt ist auch noch in NRW und das wäre natürlich auch für ihn eine große Chance. Also ich glaube, wenn Frank Fahrenhorst fragt, ob er Trainer werden will, dann würde er das sicherlich auf jeden Fall machen. Die Frage ist eben dann, ob man ihn aus Kölner Sicht als gut genug beurteilt. Das finde ich, ist dann einfach immer schwierig. Bereits im Winter gab es ja so ein paar Gerüchte um zum Beispiel Kohler, wo man dann gesagt hat, kann das passen, macht das überhaupt Sinn? Aber da hat man eben auch gemerkt, Köln guckt eben auch mal in den etwas unbekannteren Kreisen, vielleicht wo man auch dann mal einen Trainer rausziehen kann, den keiner auf dem Zettel hat, da der vielleicht es recht überzeugen kann. Und diesbezüglich würde ich auf jeden Fall mal Frank Fahrenhorst hier in den Ring reinschmeißen. Aber natürlich wird man auch innerhalb der zweiten Bundesliga sich umschauen, was dort so möglich ist. Und neben Eichner halte ich dann auf jeden Fall Alexander Zorniger für einen unglaublich spannenden Trainer. Der hat ja in der zweiten Bundesliga zuvor schon bei Leipzig und Stuttgart trainiert, hat sich dann für den Schritt uns außen entschieden, wurde Pokalsieger mit Bröndby und Meister auf Zypern mit Limassol. 2022 gab es dann die Rückkehr nach Deutschland. Und seitdem ist er eben bei der Spielvereinigung aus Fürth der Cheftrainer. Und auch dort hat er, finde ich, sehr vergleichbar auch mit Eichner sich ein Umfeld erarbeitet, wo er in Ruhe arbeiten kann. Er hat einen guten Job bis hin gemacht und auch weiterhin wird er ihn sicherlich auch dort machen sollen. Und vor allen Dingen ist für mich auch Alexander Zorniger ein Trainer, der sich genau eine solche Mannschaft aufgebaut hat, die Köln sicherlich braucht. Denn er hat ihn führt, eine erfahrene Achse aus Spielern wie zum Beispiel Branimero Gotha und Julian Green. Und drumherum entwickelt er immer wieder junge Talente. Beste Beispiele, die auch jeder Kölner natürlich damit auch kennt, sind Jonas Urbig und Tim Lemperle, die echt in der abgelaufenen Zweitligasaison unter Zorniger enorme Schritte nach vorne gemacht haben. Rein vom Fußball-Spielstil kennen sicherlich viele von euch Zorniger auch noch. Er lässt einen aktiven Fußball spielen mit ordentlich Zug nach vorne, mit einem enormen Gegenpressing. Aber vor ein paar Jahren wird das noch so ein bisschen als Harakiri-Fußball betitelt. Auch die defensive Stabilität, die hat er mittlerweile deutlich mehr reinbekommen. Also er ist auch grundsätzlich deutlich variabler geworden, dass man mit der Dreierkette spielt, man mit der Vierierkette spielt. Und deswegen könnte ich mir Alexander Zorniger in Köln auch mit seiner Erfahrung richtig gut vorstellen. Aber wie angerissen ist ihm dann für mich die gleiche Frage wie bei Christian Eichner, ob er eben dann für den FC sein sicheres Umfeld aufgeben will, um ihm auch dann jetzt im Sommer gar nicht mal so viele Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Aber hast du hier eine Chance, dann würde ich dort auf jeden Fall mal anklopfen. Und einer meiner Wunschtrainer generell für ambitionierte Zweitligas, deswegen habe ich ihn auch schon eins nochmal vorgeschlagen, ist und bleibt Kosta Runjajic, den ich mit seinen 52 Jahren auch für sehr geeignet halte. Eben dann auch im unruhigen Köln erfolgreich zu sein. Kosta Runjajic ist in Wien geboren, ist aber in Deutschland dann aufgewachsen und Trainer geworden und vor allem auch fünf Jahre lang in Polen bei Pogon Stettin unglaublich starke Arbeit geleistet. Denn er hat Pogon über Jahre hinweg wirklich unter schwierigen Bedingungen richtig gut aufgebaut, vom Abstiegskampf in Liga 2 zu einem Topklub in Liga 1 geführt und dann hat er sich eben für den nächsten Schritt entschrieben und der hieß Legia Warschau. Da war er zwei Jahre, ist Meister geworden und wurde dort Ende April entlassen. Also das ist gar nicht mal so lange her, das war aber auch eine Trennung im Guten, weil man eben auch wertgeschätzt hat, was man gegenseitig für Arbeit geleistet hat und eben auch jetzt Runjajic gemerkt hat, das Team wurde deutlich geschwächt. Da war es eben auch dann schwierig unter den Bedingungen dort zu arbeiten. In Deutschland wiederum kennt man natürlich Kosta Runjajic auch von seinen Trainerstationen Ahlen, Darmstadt, Duisburg, Kaiserslautern und 1860 München. Und da fällt natürlich schon sehr, sehr auf, Kosta Runjajic kennt und kann Traditionsvereine. Also er kennt eben auch die Unruhe bei Vereinen, er kennt die zweite Liga und für ihn selber kann sicherlich auch der 1. FC Köln eine wirklich große Chance sein, sich auch in Deutschland einen ähnlich guten Namen jetzt endgültig machen zu können, wie auch schon in Polen. Dort hat er meistens im 3-4-3-System spielen lassen, auf viele Spieler gesetzt, aber auch günstige Spieler eingebaut, was natürlich auch dann für die Winterpause interessant werden kann. Und generell ist Kosta Runjajic auch ein Trainer, der etwas entwickeln und aufbauen kann. Also auch hier, ähnlich für mich wie bei Zorniger, wenn du eine Chance hast auf einen solch erfahrenen Trainer, der dir Stabilität gibt, der dir Ruhe gibt, aber eben auch was entwickeln kann, dann sollte Christian Keller hier auf jeden Fall mal anrufen. Anrufen sollte Christian Keller vielleicht auch mal in Berlin, denn auch der Blick auf junge Trainer kann ja durchaus als recht interessant sein, die umso mehr für diesen Weg stehen, auf junge Talente zu setzen und diese zu entwickeln. Und dort passt Oliver Reis wirklich perfekt. Klar, auch eine interne Lösung diesbezüglich wie zum Beispiel Rutenbeck oder Sponias ist sicherlich eine Variante, die man durchspielen kann, aber der Blick nach Hertha, die seit Jahren eine der besten Jugendabteilungen überhaupt haben, der ist auf jeden Fall lohnenswert. Denn genau dort ist Oliver Reis aktuell Trainer bei Herthas U19. Er ist in Berlin geboren, Berliner durch und durch und seit 2007 schon im Verein. Aber man hört eben auch immer wieder, Oliver Reis traut sich schon zu, auch diesen Schritt zu gehen, jetzt zum Cheftrainer. Ich denke mal, auch bei der Hertha würde er gut passen, aber die orientiert sich ja eher Richtung Christian Fjell. Also sehe ich ihn auch für Köln wirklich als perfekt an. Er hat, wie man hört, in Berlin auch bei seinen jungen Spielern ein extrem hohes Ansehen, lässt offensiven Fußball spielen, aber auch trotzdem ein Trainer, der taktisch selber, ihr seht es, der auch offen ist für Neues, der für andere Wege auch mal offen ist und auch als sehr zielstrebig gilt. Er hat in Berlin noch einen Vertrag bis 2025. Das heißt, man müsste hier, ähnlich wie auch bei Fürth oder auch bei Karlsruhe, dann ist mal gucken, wie die ganzen Vertragsmodalitäten so sind. Aber wenn man ihn will, dann ist das sicherlich sehr, sehr gut vorstellbar, weil es eben auch für Oliver Reis eine enorme Chance sein kann. Und deswegen finde ich es auch mal wichtig, über solche Trainer zu sprechen, für die eben Köln jetzt nicht eine Gefahr darstellt, dass sie ihre Trainerlaufbahn irgendwie kaputt geht, sondern vor allem auch eine Chance sein kann. Und deswegen ist Oliver Reis für mich extrem interessant. Denn auch der 1. FC Köln hat eine richtig gute Jugenderteilung. Man sieht ja immer wieder, was dort für junge Spieler rauskommt. Das Problem ist allerdings, dass eben genau diese jungen Spieler viel zu wenig Chancen bekommen haben bei den Profis. Und Oliver Reis kann das sicherlich endgültig ändern. Man merkt auf jeden Fall, dass die Trainersuche beim 1. FC Köln durchaus schwierig und kompliziert ist. Die Trennung von Schulz finde ich aber richtig. Und da gibt es eben dann mehrere interessante Kandidaten auf dem Markt, wo man auch in komplett verschiedene Richtungen gehen kann. Denn Oliver Reis und Frank Fahrenhorst sind natürlich Trainer, die im Profibusiness noch sehr, sehr unerfahren sind, aber sich im Jugendbereich extrem gut auskennen, was für Köln eben auch wichtig sein wird. Enrico Maaßen ist diesbezüglich für mich so ein ganz gutes Bindeglied zwischen einer, der die Jugendabteilungen kennt, wie zum Beispiel aus Dortmunder Zeiten, aber auch schon die Bundesliga sehr, sehr gut kennt. Und Alexander Zorniger und Kostroli Neitsch haben schon viel erlebt, sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland, wirklich sehr erfolgreich gearbeitet, junge Spieler eingebaut, auf erfahrene Spieler gesetzt, in der zweiten Bundessieger erfolgreich. Also das sind auf jeden Fall Trainer, die für mich sehr, sehr gut passen können, wenn sie denn zu haben sind. Natürlich gibt es auch noch weitere Kandidaten, wie eben Christian Eichner, wie für mich auch Urs Fischer, Thomas Reis, Raphael Wicke. Aber die Frage ist eben, kann man solche zum FC holen? Auch junge Trainer wie Heiner Backhaus von Aachen finde ich sehr, sehr spannend. Tobias Schweinsteiger, der zu haben ist, finde ich spannend. Aber ich wollte auch ganz bewusst jetzt hier mal mit diesen fünf Namen auch verschiedene Richtungen aufzeigen, die der 1. FC Köln hier auch dann möglicherweise gehen kann. Und jetzt interessiert mich mal auch eure Meinung zum FC. Was glaubt ihr, ist in der kommenden Saison mit dem Kader möglich? Welchen Trainer braucht es eben dann für eine gewisse Zielsetzung? Und schaut eure Meinung zu meiner Meinung mal gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.